Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Freunde der Butterblume, hier bin ich wieder, euer Hannibal, der Lokomotivführer alias Werner G. Petschko, hier vom Gleichsatzkanal mit der Folge 56, der berühmt-berüchtigten philosophischen Trilogie, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Wir machen weiter mit der Nummer 268 und einer Korrektur des Werkzeugs, berühmt-berüchtigt für ein falsches Werkzeug, möchte man sagen. Hermann Cohen, Neukantierner, Marburger Schule, von dem ist hier die Rede, er verwirft den Dualismus von Anschauung und Denken, als zweier gleichberechtigt nebeneinander stehender Formen der Erkenntnis. Er erklärt auch die Anschauung für eine Form des Denkens. Es gibt also nicht ein solches gegebenes Rohmaterial, sondern jede Empfindung und Wahrnehmung ist schon etwas Gedankliches. Da wären wir schon wieder beim Vorgänger der ganzen Geschichte, beziehungsweise eins drüber. Jede Begriffsbildung ist ein Urteil und Empfindung und Wahrnehmung ist schon etwas Gedankliches. Die beiden Sätze, die können sozusagen in einer Linie genannt werden. Genau um das geht es nämlich hier, dass Empfindung, die Wahrnehmung, die Empfindung erst recht schon eine Formung darstellen aus einem Ungeformten. Empfindung ist nicht Ungeformtes mehr. Und noch mehr die Wahrnehmung, ein Urteil. Das berühmte gekrümmter Stock im Wasser, wonach die Wahrnehmung dann ein Urteil ist. Wohin gehen die Empfindung, die Sinnesempfindung, die Gesichtsempfindung, die ist, dass der Stock gekrümmt ist, aber in der Wahrnehmung ist er immer noch gekrümmt. Es müsste eigentlich ein Unterschied sein als Urteil, weil man das weiß, dass die Lichtbrechung zu solchen Resultaten führt. Das war aber nicht die Sache. Hermann Kohn ist war auch derjenige, der den Spruch, oder auch Paul Nathor, bin ich jetzt überfragt, wer genau von beiden, aber beide stehen für den Spruch, dass das Gegebene ist ein gesuchtes. Es ist schon eine gewisse Annäherung zum Paradigma, das hier auf Gleichsatz gilt. Es ist nichts gegeben, so verkürzt, plakativ gemeint, aber es ist nichts logisch allgemeingültig gegeben. Auf eine praktisch nützliche Weise ist natürlich etwas gegeben, aber der Unterschied ist von grundsätzlicher radikaler Bedeutung in der ganzen Auffassung in Bezug auf Realität, Objektivität, Allgemeingültigkeit, Legitimation, Begültigung und so weiter. Hier nochmal Cohen, für den gibt es keinen Unterschied, sozusagen, von Anschauung und Denken, weil, weiß ich jetzt nicht, ob Cohen der Meinung ist, auf alle Fälle ist die Anschauung sowieso so ein Begriff aus der Not geboren, weil man irgendetwas gebraucht hat, irgendeine Instanz vor dem Denken, die ja offensichtlich vorhanden ist. Letztlich war es der Versuch, aus diesem Ungeformten irgendetwas noch eine Instanz dazwischen zu schalten, bis dann mit dem Denken ein Begriff im Spiel war. Aber der Punkt der Allgemeingültigkeit, der wurde hier nie berührt. Es stand immer schon fest, dass eine Realität allgemeingültige, die gleichermaßen jeden Menschen mit Verstand auf dieser Welt als solche erscheint oder angenommen wird. Es ist der grundsätzlich rationalistische Glaube und da war eben die Anschauung einer von verschiedenen Versuchen, terminologisch eine Brücke zu schaffen, aber letztlich wurde die ganze Angelegenheit nur verschleppt und erklärt, verwirrt das Ganze. Der Vorstellungsbegriff nicht anders oder der Begriff einer Idee und wie auch immer dieses nicht reale Gedankliche dann genannt wurde, das schließlich zu so etwas wie Erkenntnis dann fähig war. Auf jeden Fall ist mit dieser Mehr von der Passivität des Beobachters, der quasi das richtige Wort durch seine Sinne eingeflößt wird und dementsprechend dann etwas beobachten kann oder wahrnehmen kann oder eine Erfahrung machen kann, eine Empfindung hat, ein Erlebnis, wie sie alle heißen, diese Begriffe, die im Grunde nichts anderes sind als Zeugen dafür, wie herumgedruckst und was das für ein Tanz um den heißen Brei ist, ist, um ja nicht das wahr werden zu lassen, was nicht wahr werden darf, nämlich, dass es keine objektive Realität gibt und keine objektiven Tatsachen gibt, die nicht relativ zu einem bestimmten Zweck in Beziehung stehen. So, ja, gleichberechtigte, nebeneinanderstehende Formen, der Erkenntnis ist natürlich auch wieder so, Larifari, nicht unbedingt das, was ich jetzt eben gesagt habe, dass er die Anschauung ablehnt, dass gleichberechtigt ist, der gleiche Käse im Blau, aber dass es eben nicht ein solches, kein gegebenes Rohmaterial vorhanden ist, was nichts anderes heißt, als es ist nichts gegeben. Wenn man so will, dann habe ich mein Paradigma von Hermann Cohen und bin damit nicht der Erste, der so denkt, erhebe auch gar nicht den Anspruch. Diese Idee ist schon bei den griechischen Skeptikern angelegt, aber in der Regel ist es so, dass etwas Neues immer schon seine Vorfahren gehabt hat und letztlich den Ausschlag gegeben hat, dann nur diese, eine Dringlichkeit, eine Unbedingtheit, mit der dann dieser Gedanke verfolgt wird, ohne jetzt noch irgendetwas anderes zuzulassen, auch ganz radikal vertreten wird und in militärischer Sprache vielleicht ausgedrückt, ohne irgendwelche Gefangenen zu machen, auf diesem Standpunkt beharrt und sich auch gar nicht mehr auf Diskussionen einzulassen, zumindest nicht auf solche, die nur den Zweck haben, irgendwie abpräglich zu sein und zu denunzieren, ohne das Argument zu treffen. Gut, es geht weiter. Nummer 270, ein Begriff wie Baum oder Stein, repräsentiert eine Fülle von Merkmalen, in der Größe, Härte, Schwere, Wumms, Oberflächen, Oberflächenbeschaffenheit und Zweckdienlichkeit. So können Erfahrungen registriert und auf Abruf bereit gehalten werden. Den Hinweis auf die Nützlichkeit erleichtert hier der zweite Satz, registrieren, auf Abruf bereithalten, Erfahrungen wollen, will ich jetzt nicht so kleinlich sein, von mir aus wird es Erfahrungen genannt, obwohl es keine Erfahrungen gibt, in dem Sinn, sprich wieder objektive Erfahrungen, um das dazu zu sagen, aber diese plakative, parolenhaften Behauptungen, die zeigen dann gleich kurz und herzlos, wo es lang geht. In diesem Sinne haben auch Gegenstände keine Merkmale, keine Eigenschaften, sondern diese werden auch im Sinne des Urteilens, weil immer geurteilt werden muss, von Subjekten werden die im Zuge einer Relativierung im Vergleich zu etwas, es gibt keine Größe, ohne jetzt keinen Vergleichsmaßstab zu haben, zu dem etwas Großes, weil dieselbe Sache schon öfters hier in dieser Trilogie angesprochen, weil dieselbe Sache im Vergleich zu etwas noch Größerem dann klein erscheint und so ist es mit der Härte und Schwere im Prinzip nicht anders. Dinge haben an sich keine Eigenschaften, um sich das kurz und knapp notieren zu können und damit in der Schule für Aufregung zu sorgen und dieser Standpunkt ist eben einer der Subjektivität, der Willkür, der Freiheit, wenn man so will, wie Kant einmal bemerkte, wären die Dinge an sich erkennbar, wäre es um die Freiheit geschehen. Genau so ist es, denn könnte alles erklärt und erkannt und vorhergesagt werden, dann gäbe es keinen Spielraum mehr für Menschen, aber davon überzeugen lassen sich zum Beispiel solche Konsorten, sage ich mal, die der Meinung sind, dass es keinen freien Willen gibt, weil man Zehntelsekunden, bevor man glaubt, sich zu entscheiden, sich schon entschieden hat, das Unterbewusstsein hat da entschieden und dergleichen, da wird dann nichts mehr entschieden, man kann dann auch nichts mehr wählen und dann bin sogar ich der Meinung, dass etwas nicht sein kann, weil es nicht sein darf. Allein die Idee, dass ein Mensch keine Wahlmöglichkeiten hat und haben kann im Großteil seiner Möglichkeiten, sage ich mal, Großteil, es ist selbstverständlich so, dass ich jetzt nicht per Willensentschluss mich unsterblich machen kann. Aber was bedeutet jetzt so eine Entscheidung oder die Unmöglichkeit, sich gegen die sogenannten Naturgesetze aufzulehnen, die zweifelslos einen praktischen Nutzen haben, wenn ich das weiß, wenn ich mich vom Dach stürze, dass ich da unten mit zertrümmertem Körper landen werde, das ist nützlich für mich. Aber die Fragen, die eventuell dazu führen, dass ich mich vom Dach stürzen würde und derlei, also Erkenntnisse oder auch Selbstbewusstsein und diesbezügliches, ist von einem Einfluss oder umgekehrt die Naturgesetze einen Einfluss darauf hätten, sehr weit entfernt. Obwohl es wahrscheinlich auch Leute gibt, die tatsächlich meinen, ihr Leben ist bestimmt von Naturgesetzen. Ich komme zum nächsten Punkt und man erlaube mir einen kurzen Blick auf meinen Zeitgeber. Ich bin gut über die Mitte, also lehnen wir uns zurück. Ein Schluck aus der Tasse. Produktplacement haben wir auch noch Zeit. Hoffentlich schneide ich das aus der Post-Production nicht raus. Da muss ich nur reden, denn längere Pausen ohne Kommentare werden gekürzt. Google weislich wissend um die Konzentrationsspanne gewisse Generationen dieses Jahrtausend geborene 271 zwischen der Welt der sinnlichen Erlebnisse eine Welt und der Welt der Begriffe eine Welt und Aussagen tut sich eine logisch unüberbrückbare Kluft auf. Es könnte auch ein Stein gemeißelt, ein Zitat von jemandem, ich würde jetzt in erster Linie Heinrich Rickert nennen, der das immer wieder vertreten hat, wäre ein schöner Spruch, Grabspruch vielleicht nicht, aber ein Heinrich Rickert Denkmal und das Ganze in Anrufungszeichen, Ausrufungszeichen vor der Universität von Tübingen, nein, Heidelberg, nein, Freiburg und so wie sich was aus, ich denke mal Heidelberg. Egal, also auf was es hier ankommt, diese logisch unüberbrückbare Kluft und da muss man es ernst nehmen mit Logik und auch streng und nur dann kommt es zu dem Urteil, dass das Individuum eben etwas inkommensurables in Bezug auf Allgemeinheit ist, der genaue Kontrapunkt und nicht nur so, dass ein Individuum ein Teil des Allgemeinen ist, der kleinste Teil zwar des Allgemeinen, aber auch etwas Allgemeines. an dieser Geistesscheide, sage ich einmal, oder nur Scheide, damit ich dann jetzt noch sagen kann, scheiden sich die Geister, ansonsten hätte ich zweimal Geister, schön, würde mir rot angestrichen werden im Deutschaufsatz, also erscheinen sich die Lager derjenigen und auf der einen Seite stehen ungefähr 98% der Menschheit, wenn es logisch streng zugeht. Wenn es nicht so logisch streng zugeht, wenn man jetzt so will, dass auf der einen Seite die Irrationalisten stehen und auf der anderen Seite die Objektivisten, dann ist dieses Verhältnis sogar 50-50, so ungefähr in der Preisklasse, könnte man meinen. Aber diese Irrationalisten, die ich da drunter rechne, sind dann auch alle möglichen Spinner und abergläubische Horoskop- Anbieter, Sonnenanbieter. Man muss nur ins Internet gehen, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was es nicht alles an Quark und Käse gibt in der Richtung und leider wird der Gleichsatzkanal auch darunter gerechnet von pauschal generalisierenden Konsorten, die sich nicht die Mühe machen, etwas tiefer zu blicken. Für die ist dann dieser Kanal hier auch nichts anderes als einer der vielen Weltverbesserer Rediger, die es da gibt. Was jetzt wieder für meine These spricht, dass diese Leute den Draht zu dem, was wirklich abgeht, verloren haben. Die Welt dieser Leute, die den Gleichsatzkanal nicht wie es, also ich will jetzt nicht bestreiten, dass es nicht, dass ich hier nicht viele Bands habe, sage ich einmal, zumindest in der Vergangenheit hat es immer wieder sehr positive Zuschriften gegeben, so in Richtung Perle im Netz und dergleichen, aber immer nur für Insider, aber der Umstand, dass sich kaum eine Reaktion auf diese Art von Thematik ergibt, zeugt für meine Begriffe davon, wie sehr die Objektivisten und diejenigen, die am allgemeingültiger, am Tropf der allgemeingültigen Wissenschaft hängen, da in ihren Vorurteilen verstrickt sind. Da braucht man nur die Parole, es ist nichts gegeben, die Runde werfen und schon gehört man zu den üblichen Spinnern im Netz. Aber ich kann damit leben, ich weiß es besser und erwarte im Grunde genommen auch nicht mehr als diese Ignoranz und kann mir sogar eine christliche Großmut erlauben und diesen Leuten da nichts nachtragen, denn sie wissen ja nicht was sie tun, so ungefähr. Die nächste Nummer 272 Champon Sartre, das war noch jemand zu meiner Zeit, als ich mich noch aufregte und noch nicht verstehen konnte, weswegen aus welchen Beweggründen jemand so einen Schwachsinn und so etwas Widersprüchliches da verzapfen kann. Und das war dann die Zeit dieses Sein und Nicht Sein glaube ich mal hat dieses Buch von dem guten Sartre geheißen. Das habe ich in der Luft zerrissen. Also nicht nur jetzt kritikmäßig sondern auch tatsächlich förmlich in die Ecke gefeuert weil mich das so wütend gemacht hat war allerdings noch vor 1990 oder so um den Dreh also ist schon einiges her da war ich noch halb so alt also nun gut heißt jetzt nicht im Nachhinein betrachtet dass die Champon nicht vielleicht doch etwas nützliches beigetragen hat in die in die Welt der Geister der im Prinzip potenziell göttlichen Geister Abstraktion und Vergegenständigung sind sehr gefährliche Mittel der Erkenntnis weil wir mit ihnen versuchen die menschliche Realität zu einer Form zu konstituieren die ihrem Wesen Gewalt antut jetzt muss ich hier dazu sagen soweit ich mich erinnern kann ist jetzt gehört jetzt diese Aussage zu jenen die zwar im Rahmen der objektivistischen Gültigkeit oder des allgemeingültigen Seins der Realität eine gewisse Kritik anbringen wie diese hier dass Abstraktionen wenn sie sehr pauschal und klischeehaft und sehr generalisierend verallgemeinert gefährliche Mittel der Erkenntnis wären eher Mittel der Dummheit weil wir versuchen menschliche Realität ihrem eigenen Wesen Gewalt antut also dennoch dennoch ist dieser Herr Sartre ein Apostel der objektiven Realität der zwar Gewalt angetan werden kann aber die dennoch als Realität ihre allgemeine Gültigkeit hat dass von diesen Leuten dann in gewissem Rahmen eine gewisse Kritik kommt aber die Kritik die eigentlich ansteht und die im Grunde genommen die einzig echte ist es ist die nach der Frage der Quaestio Fakti beziehungsweise die Frage ob nicht auch die Quaestio Fakti in den Bereich der Quaestio Juris mit hineingehört also auch die Fakten einer Legitimation bedürfen und nicht einfach so da sind und so selbstverständlicherweise da sind denn diese Frage nach der Berechtigung der Fakten die wird in den wenigsten Fällen gestellt die ist da gibt es zwar verschiedene Theorien dann auch in Bezug auf Objektivität von Tatsachen kritischer Rationalismus und wie sich das alles nennt auch mit dem Vorbehalt des Verstands der Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Option zu revidieren falls sich andere bla bla ergeben das ist aber letztlich alles ein Objektivismus der im Grunde genommen sich schon überlebt hat aber als eigentliches Problem noch nicht erkannt wird es ist niemand von Rang in den üblichen Institutionen in der Lage zu überprüfen inwieweit solche allgemeingültigen Definitionen Festlegungen überhaupt eine allgemeingültige Welt der Gedanke die Idee der Allgemeingültigkeit in vieler Hinsicht primär an den verschiedenen Problemen die in Bezug jetzt auf ideologische Ansichten sage ich mal in Bezug auf die Dummheit vieler Menschen oder auch materielle Probleme die soziale Frage Klima Gender wie sie alle heißen da die Allgemeingültigkeit oder die Objektivität als Haken an der ganzen Geschichte erkennen ich habe den Hinweis erhalten dass meine Zeit für diese Folge 56 hiermit abgelaufen ist markiere mir Kokosnüsse oder Schweine für das nächste mal die Folge 57 und verbleibe mit einem kurzen knappen Peace und Out Auf Wiedersehen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020